Ich grüße euch heute ganz herzlich wieder zu meiner nächsten Videoreihe, heute zu meiner Sendereihe. Und das Video wird lauten, es geht um das Thema. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid und freue mich einfach, dass es euch alle gibt. Ja, ihr Lieben, und schon bin ich wieder da, eure Sanara Angelika, mit dem heutigen Video zum Thema Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Liebst du dich? Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Ja, ich denke, ganz viele denken über das Thema Selbstliebe schon nach. Jedoch, ich höre ganz oft die Antwort, ich mich selbst lieben? Ach nee, das möchte ich doch nicht. Nein, was ist denn schon an mir liebenswert? Hört ihr schon, wie schrecklich sich das anhört? Was ist denn schon an mir liebenswert? Ja, wir hatten im letzten Video das Thema Achtsamkeit behandelt. Und dort habe ich euch den Tipp gegeben, euch mal vor den Spiegel zu stellen. Und ich denke, wenn ihr das gemacht habt, vielleicht geht ihr auch jetzt schon mit dem Thema Selbstliebe ganz anders um. Ja, denn, sich mal darüber im Klaren zu werden, dass ein jeder von uns ein göttliches Geschöpf ist. Absolut ein göttliches Geschöpf. Wir alle kommen aus dem Licht. Wir alle kommen von ein und derselben Quelle, das heißt aus dem göttlichen Kern. Ja, was soll man denn an diesem göttlichen Kern nicht liebenswert finden? Stell dir doch mal die Frage. Ich denke, dann siehst du dich vielleicht auch mit ganz, ganz anderen Augen. Denn ich kann dir echt sagen, ein jeder Mensch, egal wie er aussieht, welchen Stand er hat oder, 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 ist etwas ganz Besonderes und ein ganz besonderes Unikat. Und wenn du dir dessen mal bewusst wirst, dass du etwas ganz Besonderes bist, ein ganz besonderes Unikat, das heißt auch ein ganz besonderer Diamant, der vielleicht noch im Rohzustand ist, doch je mehr er geschliffen wird, umso mehr fängt er an zu glänzen und zu strahlen. Und das Schleifen heißt jetzt zum Beispiel, je mehr du dich selbst annimmst, umso mehr fängst du an zu glänzen und zu strahlen, wie ein Diamant, der voll und ganz geschliffen ist. Ja, ihr seht schon, die Selbstliebe ist ein Thema, wo man wirklich sich ganz viel unterhalten kann. Ich denke, gerade im Halt, wie liebe ich mich selbst, ist etwas, wo ich sagen muss, jeder Mensch ist liebenswert. Jeder. Ohne Ausnahme. Absolut. Selbst dein Feind, den du gar nicht magst, den du überhaupt nicht abkannst, auch der hat eine liebenswerte Seite an sich. Und mal diese liebenswerte Seite auch im anderen Menschen zu kennen, zu erfahren und auch mal zu sehen, das ist auch etwas ganz Wichtiges. Jedoch, es geht natürlich nicht, wenn du dich selbst nicht liebst. Denn jeder Mensch, der sich selbst nicht liebt, wird auch in keinem anderen etwas Liebenswertes sehen. Das ist irgendwie ein universelles Gesetz, das geht gar nicht. Denn nur wenn ich mich selbst liebe, dann kann ich auch Liebe nach außen geben. Dann kann ich Liebe aussenden, aus meinem Herzen heraus, voller Wertschätzung. Und dann sehe ich auch das Liebenswerte in allen Menschen, die um mich herum sind. Und vor allen Dingen, ich werde nicht mehr werten, der hat dies, der hat jenes und guck mal den und schau mal, wie der gekleidet ist und guck mal, was der hat und guck mal, guck mal, guck mal. Sondern ich nehme den Menschen so an, dass ich das Liebenswerte an ihn spüren und fühlen darf. Das Liebenswerte, was diesen Menschen ausmacht. Denn wir haben ja alle eine Seele und jede Seele ist schön. Jede Seele ist reine Liebe pur. Und mal die Seele des anderen zu sehen, zu spüren, zu fühlen, dann wirst du merken, wie liebenswert die Menschen um dich herum sind. Und auch du wirst merken, dass du ganz anders auf Menschen zugehst. Dass du deine liebenswerte Art, die in dir zu erblühen beginnt, die dich ausmacht, die um dich herum in deiner Aura sich ausstrahlt nach außen, dass die sich auch überträgt auf den anderen. Und du wirst merken, dass du genau die Menschen anziehst, die in deiner liebenswerten Art auch würdig sind. Das ist, habe ich schon ganz richtig gesagt, würdig sind. Denn diese liebenswerte Art, die du ausstrahlst, die kommt von außen auf dich wieder zurück. Und wenn du natürlich nur ausstrahlst, ich bin nicht liebenswert, wirst du nur von nicht liebenswerten Menschen umgeben sein. Verstehst du das? Das ist immer eine Ausstrahlung, ein Resonanzgesetz, sage ich mal so schön. Alles, was in dir sich auftut, was in dir erblühen will, das gibst du nach außen. Alles ohne Ausnahme, ohne Wenn und Aber. Daher möchte ich dich bitten, einfach mal in dich hineinzuhorchen und zu schauen, wie liebenswert bist du denn? Wie liebenswert nimmst du dich an? Wie akzeptierst du dich? Wie ist deine Selbstakzeptanz zu dir, zu deinem Körper, zu dem, was du machst, zu deiner Kreativität, zu deiner Intelligenz, zu allem, was dich ausmacht. Wie ist die Akzeptanz zu dir? Und wenn du dich wirklich akzeptierst, dann wirst du spüren, dass du dich liebst und in deiner Selbstliebe bist. Ein ganz wichtiges Thema, diese Selbstliebe. Sie hat auch nichts mit Egoismus zu tun, sondern sie hat etwas mit der Anerkennung zu einem Selbst zu tun. Ich erkenne mich selbst an und ich liebe mich, so wie ich bin. Ich akzeptiere mich, so wie ich bin. Und diese Akzeptanz und diese Liebe in mir, die gebe ich gerne und von Herzen weiter an alle Menschen. Und ich freue mich, wenn genau diese Menschen auch wieder zu mir kommen. Denn das ist der Austausch. Liebe erzeugt wieder Liebe. Akzeptanz erzeugt wieder Akzeptanz. Und das ist genau das, wo der Punkt immer wieder ist, wo viele Menschen natürlich ihre Probleme mit haben und sagen, ich weiß nicht, an mir ist nichts liebenswert. Überdenke bitte diesen Gedanken und fange an, ab jetzt, in dieser Sekunde, dich selbst zu akzeptieren und dich zu lieben. Und dabei hilft immer wieder diese Übung mit dem Spiegel, die wir ja schon im letzten Video so schön gemacht haben. Ja, mach's einfach, immer wieder. Ich kann's euch nur ans Herz verlegen, denn es ist eines der effizientesten Übungen und du wirst spüren, wie dein Herz ja hier so richtig aufgeht, hier im Herzchakra und hier in der Magengegend. Du wirst spüren, wie du auf einmal Schmetterlinge in dir spüren wirst, so als wenn du verliebt bist. Bist du ja auch, jedoch verliebt in dich selbst. Und ist das nicht schön? Du brauchst niemanden im Außen, sondern liebe dich selbst und dann wirst du spüren, dass die Liebe von außen auf dich zukommt. Das würde ich mir für euch wünschen und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Erfolg bei deiner Selbstliebe und Selbstakzeptanz, dass du dich so annimmst, wie du bist, in deiner vollkommenen Schönheit, als wirkliches Unikat und als Diamant, der du ja bist. Denn du bist etwas ganz Besonderes. Alles Liebe wünscht euch eure Sanara Angelika und ich verabschiede mich mit einem Namaste und sage Tschüss, bis bald.